Ja, herzlich willkommen zu meinem Literarischen Adventskalender. Heute öffne ich das 15. Türchen aus diesem wunderbaren Band. Sieben der Reihe Weihnachtswundernacht erschienen im Brendo Verlag und herausgehend von Thomas Klappstein. Und heute lese ich eine wunderbare Geschichte von Albrecht Gralle, auf den Tisch geschrieben. Deswegen sitze ich auch am Tisch, weil ja auf den Tisch geschrieben wurde. Enna Diokletiani im zweiten Regierungsjahr König Theuderisch II. aus dem Geschlecht der Merowinger, acht Tage vor den Tagen des Januarius, nach heutiger Rechnung 24.12.598 nach Christus. Als Gundowald endlich das breite Holztor öffnete, schließlich war lange genug geklopft worden, sah er im Schein seiner Pechfackel zwei Gestalten vor sich. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. »Salve«, sagte der Mann, der am nächsten stand, beugte leicht seinen Kopf und redete auf Latein weiter. Er sah aus wie ein Priester. In Gundowalds Kopf überstürzten sich die Gedanken. Er verstand zwar leidlich Latein und sprach es auch, langsam und holprig, aber es war immer gut so zu tun, als würde man nicht so viel verstehen. Die Leute redeten dann ungezwungener untereinander. »Sprecht ihr fränkisch?«, fragte er daher vorsichtig und fühlte gleichzeitig unter seinem Obergewand nach dem scharf geschliffenen Dolch. Man wusste nie, mit welchen Leuten man es zu tun hatte. Unter den Kleidern von Geistlichen konnten auch entlaufende Sklavendiebe oder Mörder stecken. Heutzutage ging ja alles drunter und drüber, seitdem Westrom nicht mehr existierte und die Enkel Klodwigs regierten. Man hatte geradezu den Eindruck, dass das Merovinger Reich von innen her verfaulte wie ein verdorbener Apfel. »Ich spreche nur ein paar Frankenworte, aber dies ist Diakon Bartholomeus. Viel gotisch und griechisch.« Gunowald nickte. »Du hast Glück.« »Ich spreche gotisch.« »War mal eine Zeit lang in einer guten Weingegend in Septimanien.« »Also was wollt ihr, meine Herren?« »Es ist dunkel und kalt, der Wind weht den Schnee herein und wir sind misstrauisch gegen nächtliche Besucher.« Der angekündigte Diakon Bartholomeus trat jetzt vor, verbeugte sich und sagte »Gode an der Nacht, ja, guten Abend.« Er sprach das Gotische mit einem weichen Akzent, bei dem sich das Tevian D. anhörte. »Wir kommen von Brigantium und sind unterwegs zu dem Kloster des irischen Mönches Kolumban, das er im Frankenland errichtet hat. Viel haben wir davon gehört und wollen es nun mit eigenen Augen sehen.« Gunowald, Hausmeister und Vorsteher der baufälligen Kirche in Aquä, hob seine Fackel und leuchtete in die fremden Gesichter. Das des gotisch sprechenden Mannes sah jung aus und das Lächeln darin wirkte zaghaft. Das andere Gesicht dagegen blickte ihn streng und finster an und war von vielen Falten durchzogen. Von den irischen Mönchen hatte er auch schon gehört, sie sollten ja wahre Wunder vollbringen. Man sagte, sie seien sehr gelehrt und von einer unbeugsamen Härte gegen sich selbst und gegen andere. Ja, manche behaupteten sogar, sie könnten durch die Luft fliegen und Tote zum Leben erwecken. Kolumban selbst sollte einmal zu Wölfen gesprochen haben, die daraufhin das Weite suchten. Gunowald überlegte. Die beiden Besucher machten auf ihn keinen betrügerischen Eindruck und so sagte er, »Viel kann ich euch allerdings nicht anbieten. Ein Kaminfeuer und ein paar Bündel Stroh zum Liegen, wenn euch das genügt. Es ist uns eine Ehre, wie Christus in der Nacht, da er geboren wurde, auf Stroh zu schlafen.« Gunowald musste unwillkürlich darüber lächeln, wie geschwollen sich der Alte ausdrückte. »Jedenfalls für eine Krippe bist du wahrscheinlich zu lang«, sagte er lachend und merkte, dass sein Satz viel zu höflich übersetzt wurde. Auf sein Lachen reagierte der Priester nicht, sondern stand nur da und fixierte ihn mit seinen Augen. Er erinnerte Gunowald an Leute, die in einsamen Gegenden auf dem Land lebten und nur wenig übrig hatten für Tränen und Gelächter. »Nun denn, in Gottes Namen herein mit euch«, rief der Hausmeister und fügte im gleichen Atemzug hinzu. »Allerdings habt ihr euch aus Versehen in das Haus eines arianischen Christen verirrt. Ihr gehört ja sicher zum römischen Glauben. Ich hoffe, ihr bringt mich deswegen nicht gleich um.« Er gab der schweren Holztür einen Stoß nach außen und rief auf gotisch »Gangazafamis, folgt mir!« Aber die beiden Gestalten folgten der Einladung nicht. Hinter sich hörte Gunowald lateinisches Gemurmel. Er drehte sich um. »Was ist los? Warum kommt ihr nicht?« Der junge Diakon meinte verlegen, »Mein Herr Stephanus sagt, Gott bewahre uns vor der Ketzerei des Arius, der unserem Herrn seine Göttlichkeit raubte. Lieber möchte er draußen in der Kälte bleiben, als bei einem arianischen Ketzer zu wohnen.« »Und ich sage«, presste Gunowald zwischen den Zehen hervor, »Gott bewahre uns vor der römischen Irrlehre der drei Götter, Vater, Sohn und Heiliger Geist.« Und zu Bartholomäus, »Und du willst du dich auch reinhalten von der Fäulnis der Ketzerei und frieren, anstatt bei einem knisternden Feuer zu sitzen?« »Eigentlich nicht«, sagte der Angesprochene leise und blickte sehnsüchtig in den Innenhof des Anwesens. »Ein warmes Feuer wäre jetzt genau das Richtige.« »Nun, dann sagt er einem stolzen Priester, das vor zwei Jahren hier ein römischer Bischof übernachtet hat und nicht zum Arianer wurde, sondern seinen katholischen Glauben behielt. Nur wer schwach ist, entzieht sich der Versuchung.« Der Junge übersetzte und es folgte ein heftiger lateinischer Wortwechsel, bei dem Gunowald die Worte »Notlage« und »nur eine Nacht« heraushörte. Währenddessen bewegte der arianische Hausmeister seine eiskalten Zehen in dem dicken Stoff, den er um seine Füße gewickelt hatte. Er wollte gerade wütend das Tor wieder zumachen, als Bartholomäus rief »Wir bleiben!« »Also«, murmelte Gunowald und schritt über den Innenhof, gefolgt von seinen Gästen nicht ohne vorher sorgfältig das Tor verriegelt zu haben. Man sah, dass das Haus früher einmal eine römische Villa gewesen war. Jetzt aber wirkte sie heruntergekommen. Als der Fackelschein die Wände streifte, konnte man abgebrochene Ziegel erkennen. Ein Mosaikornament, das an den Wänden entlang lief, wies Lücken auf. In einer Ecke lag Gerümpel, vom Schnee gnädig zugedeckt. Gunowald ging zielstrebig auf eine Tür zu, öffnete sie und ließ die Besucher eintreten. Der Kontrast war stark nach der trostlosen kalten Nacht. Im Hintergrund des weiten Raumes brannte ein riesiges Feuer in einem geräumigen Kamin und die Wärme strömte ihnen entgegen wie eine einladende Hand. Vor dem prasselnden Feuer standen ein paar hölzerne Ständer und Hocker. Der Duft von gebratenem Fisch hing noch in der Luft. Gerade gingen zwei Frauen quer durch den Raum, blieben stehen und schauten die Besucher fragend an. Das sind unsere Gäste für diese Nacht, sagte Gunowald zu den Frauen. Wir haben das Vergnügen, Vertreter des wahren christlichen Glaubens in unserer Mitte empfangen zu dürfen. Die Frauen blickten sich an und unterdrückten nur mühsam ein Lächeln. Sie kannten Gunowalds spöttische Art. Stephanus, der alte Priester, nickte jedoch heftig bei der Übersetzung. Offenbar bemerkte er die Ironie nicht, die in den Worten versteckt gewesen war. Bringt uns etwas zu essen, befahl Gunowald den Frauen, die daraufhin hinter einem Vorhang verschwanden. Nehmt Platz. Der Hausherr wies auf die Hocker, die um das Holzgestell standen, und die katholischen Geistlichen setzten sich. Nach kurzer Zeit wurde der Vorhang zur Seite gezogen und die beiden Frauen von vorhin trugen ein langes Brett mit Speisen herein, stellten es auf die Holzgestelle und verwandelten das Ganze in einen Tisch. Viel ist es nicht, aber immerhin etwas. Der Priester und sein Diakon betrachteten hungrig die Schüsseln, die vor ihnen standen. Es gab Sauermilch, Käse, ein paar geräucherte Forellen, Fladenbrote, einen Krug mit Wasser und einen mit Bier. Nachdem die Gäste einen lateinischen Tischsegen gesprochen hatten, langten sie zu, und es schien ihnen zu schmecken. Die Atmosphäre lockerte sich zusehends. Ich muss morgen früh sehr früh los, sagte Gundowald und wischte sich die Bierspuren aus seinem Bart. Ich weiß nicht, ob wir uns dann noch sehen. Notwendige Geschäfte. Der Priester kniff seine Augen zusammen und antwortete, Geschäfte am Tag der heiligen Geburt unseres Erlösers? Gundowald stand auf und blickte verärgert auf den Lateiner. Ich feiere die Geburt unseres Herrn am 6. Januarius, wie es schon immer der Brauch war und im Osten noch ist und nicht am 25. Tag des Dezember. Ich lasse mich auf diese Neuerungen nicht ein, die Papst Gregor mit aller Macht durchsetzen will. Ein genialer Trick, um die christlichen Arianer und die Heiden mundtot zu machen. Feste statt Argumente. Er strich sich durch sein strähniges Haar und als die Gäste nichts sagten, fuhr er fort. Und außerdem, die zwölf Nächte Ende Dezember, das weiß doch jedes Kind, sind die geweihten Nächte, in denen die Geister der Verstorbenen umgehen. Eine unheimliche Zeit. Und ausgerechnet da sollen wir die Geburt unseres Erlösers feiern. Der Priester Stephanus, der mit zusammengezogenen Augenbrauen zugehört hatte und schwer atmete, stand jetzt ebenfalls auf, blickte Gundowald scharf an und hob seine Stimme. Ja, ließ er durch Bartholomeus sagen. Ja, ja und nochmals ja. Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, die Macht des Gottes zu verkünden, der in seinem Sohn zu uns gekommen ist, um die geweihten, unheimlichen Nächte in Freudennächte zu verwandeln. Ach, das wird sich niemals durchsetzen, hielt Gundowald dagegen. Die Leute hängen hier an ihren alten Gewohnheiten. Wir werden sehen, meinte jetzt der Priester etwas leiser. Und nach einer Pause? Wir sind müde. Wo können wir schlafen? Ihr könnt in diesem Raum schlafen, sagte Gundowald. Hier ist es noch warm. Ich bringe euch ein paar Ballen Stroh und ein paar Fälle. Der Priester und sein Diakon nickten. Am nächsten Morgen, am 25. Dezember, nahmen die beiden Besucher allein das übliche Frühmahl zu sich, einen zähen Gerstenbrei, den sie mit einem Becher warmer Ziegenmilch hinunterspülten. Da ihr Gastgeber, wie er es angekündigt hatte, schon gegangen war, packten sie ihre wenigen Sachen zusammen, bedankten sich bei den Märkten und brachen auf. Aber bevor sie den Raum verließen, kniete sich der alte Priester vor den Kamin, zog ein verkohltes Holzstück heraus und diktierte seinem Diakon einen Satz, den der ins Gotische übersetzen und auf die Ecke der Tischplatte schreiben musste. Dann begleitete einer der Märkte sie nach draußen, um hinter ihnen schnell die Tür wieder zu verriegeln. In der Nacht hatte es geschnallt. Es war kalt, aber die Sonne schien und brachte den Neuschnee zum Glitzern. Ihre Fußspuren von gestern Abend sahen nun aus wie die Abdrücke eines leichten vierfüßigen Wesens mit runden Hufen. Daneben wirkten die frischen Spuren ihres Gastgebers wie die großen Fußstapfen eines Bären, der sich brummend entfernt hatte. Als Gundowald gegen Abend nach Hause kam, zeigten ihm seine Mägde die Worte auf dem Tisch. Sie hatten das Brett liegen lassen. Gundowald las staunend, Und Jesus sprach zu ihnen, Hungrig war ich, ihr gab mir zu essen. Gundowald lächelte und sagte zu den Märkten, Lasst es heute und morgen stehen. Wenigstens etwas Erfreuliches an diesem Tag. Ich wette, dass der junge Diakon diese Idee hatte. Super! Vielen Dank, lieber Albrecht, für diese wunderbare Geschichte. Und ich habe mich auch extra etwas römisch gekleidet, so wie es vielleicht damals ausgesehen hat. Moin, moin, Johann. Und ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent, dritter Advent. Und ich habe heute wunderbar zum Mittag gegessen im lahmen Esel in Niederursel. Zum lahmen Esel passt ja irgendwie auch zu dieser alten Geschichte, die ich heute gelesen habe. Und ich freue mich drauf, euch morgen wieder zu treffen, wenn ich das 16. Türchen öffnen werde. Also, bis dann, noch einen schönen Sonntag.